Heute sind Broxo und ich als Babys unterwegs in Who's Your Daddy, es wird auf jeden Fall richtig, richtig wild, wir werden uns gegenseitig ein bisschen ärgern und ich sag mal so, wir fahren auch mit einem richtig, richtig coolen Auto rum, wenn es euch gefällt und ihr mehr Who's Your Daddy sehen wir heute gerne auf den Like und auch auf den Abband und jetzt viel Spaß. Das wollte ich gar nicht machen du, sag mal du kleiner Frechtax hier, wo ist mein Staubsauger hin hier, so ey, nicht mit dem, lass mich runter, nein, hör auf, hör auf, ich will gehen mal lang, jetzt hörst du auf damit, sag mal, hier, Alter, hast du mir gerade den Staubsauger zu essen gegeben, was ist denn mit dir? Was bist du für ein schlechter Vater? Ich will die nicht, gar nicht haben, ich gehe erstmal hier, mal gucken, was ist hier so, hm, wo bist du, hä? Das frage ich dir nicht. Ah, ich sehe dich doch, Kaspar, also, pass auf, wir können das auf die friedliche Weise oder auf die nicht so friedliche Weise machen. Ich will mit Mama reden, Mann, komm, Mama zurück, ich will nicht mit dir reden, du bist blöd. Ich weiß nicht, wann Mama zurückkommt, aber das Ding ist, oh, hä? Was ist denn mit dir, der Tür los, sag mal? Wo bist du, hä? So, pass auf, ey. Nein, Goldi, ja, Goldi, hüpft dir rum. Wo bin ich, der Gold verschiebt hier rum, Kaspar, Kaspar, der Gold verschiebt hier rum. Wo ist Goldi? Goldi, nein, ich habe ihn, ich habe ihn gegessen, nein, ich habe ihn gegessen. Oh mein Gott, du bist auch ganz grün, du bist ja mega eklig. Ey, pass mal, ey, pass auf jetzt hier, ich suche mir jetzt hier die Babyzange, wo ist die Babyzange? Okay, okay, in die Babyzange, also. Brox, du mir geht's ganz schlecht. Wieso, was hast du gemacht? Ich esse hier die ganze Zeit Holz. Hör auf damit. Alter. Oh, lecker. Oh, Eier. Hier, ach, äh. Nimm das mal ein bisschen. Äh, was war denn das? War das eine Rosine? Ne, das war eine Zitrone, die schmeckt auch ganz gut. Wir auch nochmal ganz kurz. Okay, mir geht's schon wieder ein bisschen besser. Lass uns doch mal, lass uns doch mal in den Garten gehen. Ja, endlich. Im Garten können wir ganz glücklich die Sachen machen. Ich nehme auch extra nochmal hier so ein CD-Player mit raus. Was ist denn das? So ein Radio. Hey. Oh nein, ich bin zu langsam los. Lauf. Was willst du machen? Haha, ich bin mal wieder gut. Ey, du isst den ganzen Baum auf. Ja. Hör auf. Alter. Ja, ein Baby auf dem Auto. Stopp, Alter. Stopp, stopp, stopp. Macht's gut. Hör auf. Ey, hör auf, hör auf, hör auf. Was ist das denn? Ich werfe uns auf dich. Die Kerze. Hör auf. Guck mal, was mein Auto kann. Mein Auto kann nicht nur so hochfahren. Das kann auch... Aua. Ich kann auch ausweichen. Schweiß nochmal was auf mich, dann weiche ich mal aus. Okay, warte. Hat der super funktioniert. Hat der sehr gut funktioniert. Komm, wir können ein bisschen Ball spielen, wenn du magst. Okay, okay. Guck mal, guck hier, passt auf. Steck mal aus, jetzt hier. Ey. Aussteigen. Du bist ein ganz, ganz böder Vater. Lass mich hier. Ah. Wow. Alter. So, jetzt reicht's mir. Ey. Ja. Was ist denn das? So, wo bist du, hä? Hier ist ja noch... Wie steig ich aus? Hier ist ja noch ein Rasenmäher. Hör auf. Ah. Ah. Hey, geh vor mir im Auto runter. Yeah. Yeah. Ja. Hui. Ey, ich muss gar nicht, dass so viel Spaß macht hier. Hui. Pass auf. Oh, jawohl. Können wir eigentlich auch... Ah. Hilfe. Hilfe. Hilfe, wie kann ich hier raus? Hilfe, wie kann ich hier raus? Oh mein Gott. Wachstum. Stehenbleiben. Ich will hier den Rasen. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Der soll doch gar nicht gemäht werden. Ach nein. Oh, diese Kont... Hey. Ah. Ah. Sag mal, ist der Kirche egelhaft? Hey. Du schlägst die ganze Küche voll. Ah. Oh mein Gott. Das war ja richtig eklig. Was hast du denn gemacht? Ich muss nicht... Ey, hörst du doch. Ist das widerlich. Komm her, Kaspar. Lass mich. Wo bist du? Lass mich. Du hast dir also die ganze Küche voll gekackt. Nicht nur dir, Kaspar. Ich habe eine Kappe gekäst und jetzt geht es mir richtig, richtig schlecht. Wie? Was hast du das gemacht? Oh Gott, ich will hier leben. Mein Magen wäre es 100% voll. Nein, 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 nein. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich habe... Ey. Lass mich. Lass mich hochstellen, Obst, sonst bin ich gleich tot. Ja, ja, ich hole gerade, ich hole gerade. Was hast du denn gemacht, ey? Hier ein bisschen. Ich hole noch mehr, ich hole noch mehr. Mir geht es so schlecht. Oh, okay, mir geht es wieder viel besser. Willst du Zeile auf den Deckel oder was? Nee, will ich nicht. Doch, ich glaube schon. Aber weißt du, apropos Deckel, weißt du, wo ich jetzt hingehe? Blub. Ja. Nein. Ah. Ah. Ich bin mir fällt. Platzangst. 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 Alter. Lass mich raus. So, pass auf, ich habe jetzt hier. Du kommst jetzt mit, mein Freund. Du kommst jetzt mit. Ah. 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 Ah, nein. So, pass auf. Ich muss leider... Au. Oh, Gott. So, jetzt reicht es mir langsam. Oh, mein Gott. Ah. Nee, mir reicht es jetzt. Oh, Gott. Ich höre schon. Ah, nein. Ah. Was ist denn mit deinem Kopf los? Hallo? Was machst du? Was machst du? Hä? Ja. Was ist das denn? Ist das eine Waschanlage? Äh, Brozo. Brozo. Oh, mein Gott. Ich bin da drin gerade fast ertrunken. Sag mal, du kannst mich da drin einschließen. Achtung. Es geht wieder an. Oh, mein Gott. Oh, nein. Hey. Oh, Gott. Alles gut. Stopp. Die zehn Sekunden chill ich jetzt hier einfach noch drin. Au, au, au. Und Wasser marsch. Oh, nein. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Alles safe. Alles safe hier. Ich bin ein ganz liebes Baby, Papa. So ist auch gut, mein kleiner Broxo. Dann komm mal mit. Ja, kannst doch endlich laufen. Alter, bist ja richtig... Das Porzellan deiner Mutter. Ist mir egal. Was machst du? Ist mir egal. Alter, was machst du denn da? Sag mal. Aua. Was machst du denn da? Sag mal mit dem Porzellan. Aua. Mein Plan geht schon krass. Ich bring mir gleich das Genick. Sag mal. Guck mal hier. Was ich hier trinken kann? Hörst du auf, das zu trinken? Hörst du auf? Du wirst ja schon ganz grün. Ey, Hilfe. Broxo. Wie geht mir her das Zeug? Nein, du lässt das Zeug da jetzt. Ich packe das hier erst mal da. Da kann das hin. Was ist denn das hier auf dem Deckel? Guck bist du. Ich esse dich mal ganz kurz. Ich hab den Deckel gegessen. Du gehörst auch jetzt hier den Deckel zu nehmen. So. Ich bring das noch weiter. Guck mal. Ich bring das noch ein bisschen weiter jetzt hier. Kein Problem, kein Problem. Ich kann hier gerne mal hier. So. Das für dich. Das für dich. Das für mich. So. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie kann ich nicht... Hilfe, Kaffee. Wie kann ich nicht... Au. Alter. Baby Broxo. Siehst du, was wir hier draußen haben? Wir haben ja auch noch einen riesigen Pool. Und den kann ich dir auch gerne mal aufmachen. Denn ich bin ja lizenzierter, oder wie das heißt, Schwimmtrainer. Deswegen würde ich sagen, komm mal her. Schnapp dir mal hier so einen Schwimmring. Ja, guck mal. Ich kann dir auch einen geben. Oh Gott. Guck mal, ich ziehe auch einen an. Ich würde sagen, du ziehst einfach auch mal einen an. Nimm dir mal einen und dann zieh ihn mal an. Ja. Okay. Und dann können wir sagen, bring ich dir ein bisschen das Seepädchen bei, weißt du? Okay, mach ganz ruhig. Alter. Siehst du das? Alter, du bist ja schon richtig gut. Ich kann richtig gut schwimmen, ja. Du bist ja der richtige Profi, sag mal. Ja, nicht so tief hier. Das ist zu tief. Hilfe. Das ist zu tief. Hilfe. Nicht so tief. Ich kann gehen. Alter. Du machst ja richtig Fortschritte, sag mal. Ja, ja. Ich kann auch krabbeln. Hier, komm, ich krabbel einfach auch wie eine Spinne. Okay. Ich hol mir jetzt hier die Schwimmdudel. Ich nehme auch eine. Aua. Alter. Hörst du auf? Du bist ein... Ich kann auch zwei Stück auf einmal. Ich kann auch drei Stück auf einmal nehmen. So. Was? Komm mal her. Komm mal her. Komm auch damit. Was ist los? Ich gehe jetzt rein und mache ganz viel Ärger. Was ist los, ne? Ja, okay. Dann mach doch mal. Zeig doch mal. Roxo? Was machst du da? Bleibst du mal bitte hier? Bleibst du... Du nimmst dir hier nicht das Auto, sag mal. Sag mal, du brauchst was zu essen, sehe ich gerade, ne? Hier. Ich brauche nichts zu essen. Au. So, das nimmst du dir zu essen jetzt erstmal. Und du nimmst das Auto auf jeden Fall auch nicht. Du... Aua. Alter. Nein. Lass doch das Trampolin der Nachbarn stehen. Ich habe fast zu den Nachbarn gefreut. Alter. Oh mein Gott. Hä? Okay, komm. Wir können von mir aus ein bisschen drauf hüpfen. Wow. Lass mich mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Alter. Papa. Wo, wo? Hilfe. Nein. Oh mein Gott. Ich bin... Hä? Wo bist du gelandet? Ich bin bei den Nachbarn. Baby Broxo. Nein. Baby Broxo. Hilfe. Nein. Ich ziehe jetzt um. Hä? Jetzt, wenn du bei den Nachbarn gelandet bist. Ich ziehe jetzt um. Das Haus ist sowieso viel cooler. Okay. Ich komme auch rüber. Warte mal. Oh. Ja? Oh. Ich breche mir hier nur alle Knochen, ehrlich gesagt. Du schaffst es gar nicht, ne? Das war ja klar. Nee, nee. Ich bin zu schwer dafür. Warte mal vielleicht hier am Zaun. So, jetzt aber. Und? Ja, Broxo. Wo bist du? Ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Siehst du mich? Bist du stolz auf deinen Vater? Wow. Wow. Ah. Ich hab dich gesehen. Oh mein Gott. Mann. Ich würde auf jeden Fall sagen, das soll es für die heutige Folge Who's and Daddy gewesen sein. Tut mir den Gefallen. Check jetzt auch gerne eins von deiner anderen Videos aus. Haut auf den Like oder auf den Abon-Button. Hab einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Und ciao, ciao.